Hi Coco! Hi Baby! Hi Coco! Romeo! Die Maschine, ich habe sie gebucht. Wenn ich eine andere Chartergesellschaft gewählt hätte, dann... Es ist nicht deine Schuld, okay? Herr Doktor Schwarz. Steinkamp-Schwarz. Herr Doktor Steinkamp-Schwarz. Ich habe jetzt dreimal bei Frau Landmann-Schulz im Büro angerufen und dreimal hat mir Ihre Assistentin gesagt, dass sie sich bei Ihnen melden wird, sobald sie wieder im Büro ist. Mehr kann ich jetzt wirklich nicht für Sie tun. Und da habe ich jetzt noch leidens. Wird nicht so hart? Ja, ich habe jetzt schon mal ausprobiert, bevor ich sie wieder w possess. Untertitelung des ZDF, 2020